Musik 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 Ich soll es nicht mehr sagen, es ist eigentlich gerade ein gutes Angebot oder so. Oh, wieder eins daneben! Dimitri! Dimitri! Er ist der Gartenmann. Musik Wunderbar. Der Gartenmann mit der Heckenschere. Schnipp, schnapp, schnittel die schnapp. Runter mit dem Kopf. Geh mir nicht auf den Sack. Ich bin ganz im Westen. Ich bin im Norden beim Auto. Am besten ist auch ein Auto. Welches ist es bei dir? Matte. Gelb. Okay, dann ist das hier das blaue. Gut, komm ich hin, Schau. Oder wie Gunter sagen würde, ich habe hier das blaue Auto. Hier ist auch ein blaues Auto. Ja. Ich kann hier dingsen. Batterie. Dingsen und donsen. Dingsen und donsel. Dingsen und donsel. Anstatt dass du es zum blauen Auto bringst. Bäh, 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 bäh. Das habe ich nicht gehört. Wolltest du die Knarre nehmen? Ja. Warum bin ich so schlecht? Oh, er ist hier. Beim blauen Auto. Natürlich, da will er erstmal. Oh, ich habe die Fuse. Ui, wo bist du? Im Auto direkt. Jo. Oh, dieser Spastier lässt alles auf mich. Hab ich gemarkert? Ah ja, ich sehe es. Hier ist die Batterie. Batterie, die Batterie. Die Batterie. Ich gehe zum Paddelhaus. Wenn er jetzt bei mir reinkommt, ist es schlecht. Er kommt rein. Warum ist es schlecht? Oh. Ich habe Angst. Oh, die eine, die hat hier einen Glitch, die ist auf dem Boot drauf. In dem Paddelhaus, ne? Das hat sie vorhin schon gemacht. Ja. Überleg mal, die haben jetzt, die spielen das Spiel. Oh, ich habe gestern. Oh, ich habe gestern. Abgefunden. Hast du einen Autoschlüssel? Nö. So, ich bin abgehauen. Die sind jetzt alle beim Auto. Dumme Bitch, ey. Also, wenn du irgendwo die Fuse siehst, wo die hinkommt. Ja, ich bin ja jetzt gerade wieder auf dem Weg zurück. Naja, die kamen aber nicht zum Paddelhaus, oder? Nö. Okay, dann ist es vielleicht beim Klohaus. Ist er immer noch eigentlich bei euch? Ich bin abgehauen. Die sind jetzt hier alle beim Auto. Ich vermute mal, sie battlen ihn. Oh, daneben geschüttet. Sollte ich mal lieber nicht verpissen. Dann nehme ich jetzt aber doch mal die Waffe hin. So, ich bin jetzt beim Klohäuschen. Am Klohaustreffen? Äh, ich bin die mit der Brille. Die kann doch ganz gut einbauen, oder? Boah, stimmt. Aber hier kommt es nicht hin. Wo hast du sie nochmal gefunden? Direkt bei einem blauen Auto. Na, und die Häuser im Norden hast du angeguckt? Nein. Habe ich nicht. Da liegt ja auch nochmal Batterie. Ja, die habe ich da hingelegt. Ach so. Ist das denn überhaupt zu? Nö. Offensichtlich nicht. Hey. Hallo. Hä? Calm down. Da hast du schon geguckt? Hier? Nö. Ja? Hier noch nicht. Oder? Nö. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass es hier ist. Willst du die Knarre hier? Oh. 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 Äh, ja gerne. Was war denn da drinnen? Ähm, walkie talkie. Okay, dann muss es im Norden sein. Oh. Ein kleines Messer. Echt? Was hat er denn gesehen? Ich habe doch gerade da reingeklotzt. Tja, offensichtlich nicht. Also es muss im Norden sein. Es kann auch da rechts noch sein. Lass es mal erst da gucken. Ja. Weil er ist ja da. Und? Nope. Also vielleicht hinten, weiß ich nicht. Aber eher nicht. Naja. Doch. Doch, tatsächlich. Du baust ein und ich suche... Ich habe das Telefon. Jo. Konzentrier dich, ja? Er hat keine Falle hingestellt. Falsch. Ah. Okay. Gut. Ich bleib hier mit der Knappe. Denk dran. Verteidige dich dort. Naja, er hat null bis jetzt gekillt. Drei Viertel. Hey, komm rein. So. Wir könnten eigentlich zu seinem Haus gehen. Aber es bringt ja nichts, weil es ist ja keiner tot. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schlüssel eigentlich. Das wäre gut. Gut. Ich vermute mal, die haben alle. Wir könnten natürlich in den Norden nochmal gehen. Ich glaube, da war noch keiner. Er kommt. Oh, er ist auf der Straße. Aber im Norden, da sind die gerade alle. Egal. Komm. Da seid ihr hier vorbei. Na ja, er ist nie an dem vorbei irgendwie. Da seid ihr hier vorbei. Ja, hier so. Der Autoschlüssel, der liegt da auf der Straße. Ah. Wollen wir ihn holen? Macht, glaube ich, gerade eine schon. Nee, die hat ihn fallen lassen. Gut. Wo wollen wir hin? Ah, du hast ihn. Komm erstmal hier rein. Er kommt. Ui. Haben wir ihn gebumst. Sonst kommen wir hier nicht alle rein. Es ist gerade ein bisschen Stau am Fenster. Ja. Wir sind alle hier. Ähm. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach hinten auf und wir verpissen uns zum Auto. Ich brauche Ausdauer. Achso. Aber okay. I do it. Komme. Los. Mach's wieder zu für die anderen. Okay, es gehen alle raus. Es gehen alle raus. Na erstmal hier ins andere Haus. Ist die Maske. Oh, hier ist eingeschlagen. Gleich weiter. Ach, da bist du ja schon. Bin gar nicht reingegangen. Also die kommen alle mit. Die kommen alle mit. Ist mir scheißegal. Das ist unser Auto. Ich habe es gemacht. Lass uns ins Paddelhaus. Ich brauche Ausdauer. Fuck, er ist hinter uns. Oh, hier ist schon alles eingeschlagen. Er ist außerhalb des Paddelhauses. Wo ist er denn? Kommt glaube ich gleich hinten rein im Paddelhaus. Ja. Okay, er ist drin. Ich bin drum rum gegangen. Ich habe leider keine Waffe. Er fliegt. Ich habe ihm die Tür vor der Nase zugemacht. Sehr gut. Ich bin jetzt oben in dem anderen Haus. Da oben rein. Da auch. Bin hinter dir. Äh, lass die Tür zu. Hä? Ich habe eigentlich X gedrückt um die Tür aufzumachen, aber es hat nicht geklappt. Okay, ich renne jetzt hier und mach das Auto an. Was ist, wenn du nicht schaffst einzusteigen? Ich schaffe es. Los, gib Gas! Ich kann nicht mehr. Sie kann nicht mehr, die hat voll die scheiß Ausdauer. Du müsstest jemand rein drücken. Er ist noch nicht da. Ich sehe ihn zumindest nicht. Ich sehe ihn hinter dir. Oh ne? Ah! Kleid! Steck ein, steck ein. Scheiße. Ja, ich hab ihn halt grad geschlagen. Und er hat mich gekrapscht, weil ich ihn nicht gestagert hab. Was soll ich jetzt machen? Ja, da ist ja eine andere drin. Ja und? Die wird nicht aussteigen. Ich weiß. Warte, ich steh um. Flie halt. Nein, flieh. Versuch ihn abzulenken. Ich hau ab. Irgendwohin. Ich renn zum Klohaus. Was ist er denn? Ich hab ihn abgelenkt, er ist hinter uns. Ich versuch dann mit der Polizia zu fliehen. Ja. Okay, dann hau ich jetzt ab. Er dreht wieder um, er kommt zu dir. Oh Gott, ich bin noch nicht mal mit dem Klohaus. Er guckt gerade in deine Richtung. Ich versuch mal eine Runde zu drehen. Oh, den haben wir wieder abgeschlossen. Das hab ich abgeschlossen, weil er voll... Ups. Keiner schließt. Hä? Scheiße. Ich hab das Auto gecrasht. Wie hast du das geschafft? Ich bin gegen den Tisch. Du bist direkt hier. Hä? Ja, stimmt. Okay. Das ist alles so geplant. Ich wollte nur zu dir. Ich hab keine Ahnung. Ich bin da hinten gegen den Tisch gefahren. Auf einmal war ich hier. Sicher, dass er euch nicht abgeworfen hat? Ja. Mach doch hinten zu. Ich? Auf, 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 auf. Ich bin doch bei dir. Er ist hinter uns. Er ist hinter dir. Ich seh's nicht. Achso, er hat mich. Schlauhe. Nein, du dumme Nuss. Du sollst dir das Ding nehmen, du... Oh, Gott, ey. Die hat die Brille, aber wo hat sie die denn? Die Brille, nehmatum, kriegst du gleich. Oh, ist sie dumm. Ich will die... Ich dachte, er hat dich, aber irgendwie hat er mich. Alter, ist die bescheuert. Nein, ich mach die Tür lieber zu. Die eine hat einen Pulli und einer ist jetzt Tommy geworden. Ist er schon wütend gewesen? Weil ich konnte schon wieder nichts daggern. Ja, er ist wütend. Er hat doch schon die Maske verloren. Hm. Wie geht der denn? Komm, ich ja hier schon mal. Er tötet ja die gerade alle. Wo ist denn die mit dem Pulli? Äh. Das war die aber nicht. Ich glaube, er hat sie mit dem Pulli gekillt, ja. Oh, Gott, ey. Die sind doch alle. Das ist doch... Das ist an der Meer her, ne dolle Wurst. Bin ich überhaupt richtig? Ich bin völlig falsch. Fuck. So was Dummes, ey. Das mit dem Auto war ein Megaflock. Nee, er ist beim Anderen. Er wirft die Anderen gerade ab. Ja, das Problem ist, wir werden höchstwahrscheinlich so auf den Sack kriegen. Wir haben keine andere Chance, als jetzt einfach abzauern. Nee, die Polizei ist doch da. Ja, eben, aber gegen den jetzt zu kämpfen, haben wir keine Chance. Warum auch? Ja, weil die das da hinten doch machen. Die machen das doch. Jo, aber... Da lässt die sich mit dem Pulli töten. Wie dumm ist das denn bitte? Ach, ja. Und die Anderen waren halt außerdem... Die waren zu weit weg, die konnten sie nicht mehr befreien. Er verfolgt immer noch die Anderen. Ich brauch ein bisschen Ausdauer. Er kriegt sie nicht. Er krabst da unten daneben. Also spielen sie mit ihm. Oh, jetzt schlägt er. Hat aber nichts gebracht. Aber er fliegt auch nicht. Er läuft immer noch hinterher. Und das kriegt er nicht hin. So, ist er denn gekommen? Jo. Gut. Gut. Tommy ist ja auch das so eine schwache Nummer von Tommy. Ja, wieso? Naja, wenn die Anderen nicht abhauen. Machen sie doch. Er ist mir entgegengekommen und hat mich dann begleitet. Ich finde nicht, dass das eine schwache Nummer ist. Sehr gut. Glauben wir uns auf Richtung von der Zeit. Oh, das sieht aber sehr übel aus hier für den. Der ist aber sehr blutig. Ja, aber irgendwie kitzersinnig. Er hat ja auch noch ein Messer in der Hand, ne? Ein Wurfding. Ich glaube, jetzt haben sie keine Ausdauer mehr. Doch. Hat er. Kev, Kev. Was? Wieso kann er den jetzt noch schlagen? Keine Ahnung. Strange war das denn? Ja, manchmal machen das irgendwelche. Die können da hinten noch langlaufen. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Okay. Okay. Ich bin entkommen. Ja, das mit dem Auto war ein Flop. Da waren viel zu viele hinter uns her. Ja. Die haben die Lunte sofort gerochen. Naja.